Das sind die schnellsten Arbeiter auf der ganzen Welt! Und die werden heute so schnell arbeiten, Freunde, das ist auf jeden Fall nicht mehr normal. Deswegen lasst schon mal gerne ein Like da, wenn ihr das Ganze sehen wollt, Leute. Anscheinend sind die hier richtig richtig, ich hab dir am Start, guck mal, was der jetzt hier gerade macht. Und der packt hier anscheinend sogar den Salat richtig gut ein, ne? Also hier werden die krassesten Arbeiter kommen und ihr werdet auf jeden Fall was davon lernen können, Leute, wie ihr quasi auch so schnell arbeiten könnt. Und dann werdet ihr auf jeden Fall das meiste Geld bis zum Gehtnicht mehr verdienen. Jetzt macht sie hier anscheinend sogar noch irgendwelche Socken rauf. Das heißt, hier werden so die Socken gespannt und so gehen die dann quasi nachher in den Markt rein, Freunde. Ah, okay, das ist ja voll krass, Leute. Ohne Spaß. Und was macht die denn jetzt hier gerade? Die machen das anscheinend irgendwie... Ah, so werden anscheinend Perücken gemacht. Also hier werden so die Haare dann so quasi reingesetzt oder sowas, ne? Also ist ja richtig krass, Leute. Wusste gar nicht, dass die Perücken so gemacht werden. Aber jetzt auch hier beim Zusammendrücken sieht das auf jeden Fall auch irgendwie alles... Hä, soll das ein Stuhl sein? Ich glaube schon. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Lederstuhl oder sowas. Und so werden anscheinend auch Möbel und sowas gehandelt. Und jetzt haben wir hier anscheinend einen Typen, der die Wassermelone zwar nicht so schnell, aber halt echt gut durchschneiden kann. Das heißt, hier, guck mal, zack, das weg. Dann außen wegschneiden. Oh, Leute, ohne Spaß. Ich bin so froh, dass wir Sommer haben. Kann man wieder richtig gut Wassermelonen essen, ne? Like mal gerne das Video, wenn ihr auf jeden Fall Wassermelonen mögt. Oder schreibt mal in die Kommentare, falls ihr es nicht mögt. Ich bin jetzt mal hier gespannt. Er hat die jetzt schon mal gut durchgeschnitten. Und so kann man anscheinend echt die Wassermelonen echt mehr gut durchschneiden, ne? Und hier sind sie sogar voll wenig Kerne. Das ist mir gerade aufgefallen. Okay, jetzt hier schön erstmal, zack, hier die Steine, Leute. Oh, das ist, glaube ich, voll gut gemacht, ne? Wie das darauf gemacht hat, Leute. Ja, das ist ja voll krass. Auch hier, lol, da macht das richtig gut. Aber anscheinend gibt es das eine, Leute. Denn die hier kann das viel, viel besser. Die macht das quasi so, dass sie so eine Zementwand daran baut. Und ist auf jeden Fall echt nicht schlecht, muss ich sagen. Guck mal, wie das aussieht jetzt hier. Und er, was geht denn bei dem ab, Leute? Der macht anscheinend hier so eine richtige Wand, die Wand am Malen. Aber halt in einem richtig krassen Tempo, Leute. Ohne Spaß. Warum ist er bitte schon so schnell? Es hat die Frage, ob das halt, ja, gut ist oder nicht. Und, oh Gott, was hat der denn jetzt hier gerade gemacht? Das habe ich jetzt gerade nicht so gut gesehen. Hä? Lol, er bricht einfach dann so quasi das Papier durch. Ey, wow, er rutscht einfach runter, Freunde. Was? Er rutscht halt einfach das Dach runter und, oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, bei solchen Sachen muss man immer richtig vorsichtig sein, dass man halt nicht seinen Finger da drin auf einmal hat. Das wäre natürlich echt unvorteilhaft, ne? Lol. Und die scannten einfach diese Code-Übertriebenschel ein. Und so werden hier, Leute, Alter. So werden dann diese Jeans gemacht, die dann einfach, ey, seht ihr das? Die dann so Löcher haben und sowas, ne? Ach, krass, Leute. Ich dachte, die sind einfach so dann da reingemacht worden. Oh nein. Hä? Jo. Okay. Einfach so reinbohren. Kann man natürlich auch. Ob das jetzt natürlich die qualitativ hochwertigste Arbeit ist, ist dann natürlich, äh, ja, eben selbst überlassen, ne? Okay, jetzt hat er hier so anscheinend schon mal den Amazon-Karton. Und jetzt wird das so perfekt da reingemacht. Ah, guck mal. Und jetzt, zack, nimmt er das Ding. Das wird dann eingescannt gleich. Und jetzt hier schön wieder Amazon. Zack, zack. Und schon ist das Paket fertig. Und dann geht es quasi direkt rein. Also muss ich schon sagen, war echt sehr, sehr schnell, Leute, wie er dieses Paket da reingemacht hat. Oh Gott. Oh Gott. Was, der Löffel, der denn da jetzt gerade... Was, die schon auf... Hä? Habt ihr es gesehen, Leute? Wie hat sie denn bitte aufgegessen? Wie hat sie das gerade gemacht? Ich habe es jetzt quasi jetzt gerade verpasst. Aber anscheinend hat sie irgendwie alles gerade aufgegessen, ne? Jo. Der Tellerwäscher. Hä? Als ob die Teller nicht kaputt gehen, wenn er die da so reinwirft, Leute. Und jee. Hä? Jo, er schießt das Ding einfach über... Oh Gott. Nein. Wie clever. Er kann einfach so dann quasi hochgehen, ne? Hä? Als ob das denn auch so festhält und so, ne? Das ist schon krass. Da muss man auf jeden Fall, ähm... Der ganzen Sache echt gut vertrauen. Also muss man auf jeden Fall echt gut aufpassen. Oh Gott. Guck mal jetzt hier. Was? Die schnellste Flaschenöffnerin. Aber das Ding ist gefühlt, nachdem sie alle Flaschen offen hat, ist halt nur noch die Hälfte drin. Also, das ist jetzt so ein Talent, das weiß ich jetzt nicht. Oh Gott. Ich glaube, das wird jetzt heftig, Leute. Ich glaube, das wird jetzt hier heftig. Und zwar hat er jetzt hier irgendwie so eine Mischung. Oh mein Gott. Wer mag das denn? Was ist das? Ist das Popcorn? Nein. Nein. Irgendwas hat er jetzt gerade in der Tüte, glaube ich, drin. Ich weiß zwar nicht, was es jetzt gerade war. Es sah aber krass aus, Freunde. Es sah schon sehr, sehr krass aus. So würde ich sagen. Oh Gott. Zack, zack, zack. Hier schön die Dreiecke rein und sowas. Oh Leute. Sehr, sehr nice, ne? Das ist echt sehr... Alter, was? Hä? Und die ganze Zeit weiter? Lol. Das ist ja richtig heftig. Wie macht er das bitte schön? Und zack. Oha. Ey, ohne Spaß. Echt Respekt, wie er das gemacht hat. Oh, guck mal jetzt hier schön genau. Alles rein. Auch hier. Zack, Leute. Alles rein. Oh mein Gott. Er wirft die einfach da so hin, ne? Ist schon interessant, wie er das alles so macht. Und... Äh, was soll das denn jetzt sein? Ich glaube, da ist der schnellste Schnitzer oder Schäler, besser gesagt, dass er dann immer so die Haut abmacht, ne? Oh Gott. Der schneidet den Stein durch, ne? Leute, der schneidet den Stein einfach irgendwie an, dass es dann perfekt da rangeht, ne? Aber als ob das jetzt... Oh mein Gott. Er hat einfach prima Daumen gemacht, sondern es hat einfach gepasst, ne? Es hat einfach gepasst. Und was, wie schnell wischt er bitte schön den Boden. Man kann zwar wenig erkennen, aber man kann sehen, wie schnell er jetzt einfach jetzt hier den Boden wischt, irgendwie so eine Bewegung da so macht, ne? Oder... Was? Der testet einfach jede Lampe, indem er das da einmal ganz kurz reinmacht. Und wenn da kein Dings kommt, Leute, wenn da kein Blitz kommt, dann wird es auf jeden Fall nicht gut ausgehen, sondern dann muss die Lampe leider weggehen. Aber er macht die ganze Zeit pop, 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 bis zum geht nicht mehr, ne? Okay, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Sieht auch interessant aus, aber ich kann es eben nicht erkennen. Was ist denn das, Leute? Es sieht aus, als wären das... Oha, das sind Klopap... Was? Die Klopapierrollen werden abgeschnitten. Was? Das heißt, im Grunde sind das alles mal... Was ist das ja alles? Das ist eine Lüge, Leute. Ohne Spaß. Die Klopapierrollen werden einfach abgeschnitten, ne? Das heißt, man hat ja quasi so eine Zewa-Rolle, ist ja fast dasselbe wie eine Klopapierrolle, aber halt nur nicht abgeschnitten. Außer, dass natürlich das Material ein bisschen anders ist, ne? Okay, das ist schon krass. Also, dass der auch alles da perfekt reinwerfen kann, ne? Und was macht sie denn jetzt da gerade? Was die... Oh mein Gott, sie rechnet gerade alles im Taschenrechner zusammen. Aber als ob sie sich nicht einmal irgendwie verrechnet. Wenn sie sich da einmal verrechnet, Leute, dann kriegt sie wahrscheinlich richtig Ärger, ne? Deswegen macht sie auch so genau... Oha. Okay, jetzt hier schön... Oh ja, okay. Ja, einmal schön rauffüllen. Und dann... Oh mein Gott! Das sieht aber richtig gefährlich aus, Leute. Was? Sind wir jetzt hier gerade bei den gefährlichsten Arbeitern? Hä? Der haut dir das doch eigentlich in seinen Finger rein, oder? Das sieht auf jeden Fall gerade so aus. Oha, yo! Der schnellste Burger-Einpacker bei McDonald's. Alter, der hat einfach instant fünf Burger eingepackt. Das ist ja richtig krass. Okay, jetzt haben wir hier die Hose. Und so werden die anscheinend schnell gefaltet. Das heißt, hier so rein und dann zack und schon ist die Hose perfekt gefaltet worden. Aber ich habe noch nie gesehen, dass man die Beine in die Beine reinmacht, Leute. Das habe ich auf jeden Fall... Das habe ich noch nie gesehen, Leute. Okay, jetzt hier erstmal... Okay, erstmal jetzt alles... Oh Gott, die ganze Tablet... Was? Hä? Äh, die Tabletze einfach alle schnell in zwei geteilt. Was? Als wären das irgendwelche Karten, Leute. Das heißt, hier macht er das Ganze jetzt nochmal. Ich weiß ja nicht, was das bringen soll. Aber... Oh Gott. Oh Gott, der malt die ganze Wand an, ne? Yo! Und jetzt, pass auf, Leute. Guck mal, wie schnell das jetzt einfach hier zusammenfaltet. Und bub, bub. Und bub, bub. Was? Hä? Der hat die Tischdecke gedeckt oder so. Guck mal, was der jetzt hier macht. Der macht hier irgendwelche Kabel rein. Oh, das muss doch... Du musst richtig doch... Fingermuskelkarte haben, oder nicht? Das ist doch zu krass, Leute. Ohne Spaß. Das ist richtig... Fingermuskelkarte. Okay, jetzt hier schön... Äh! Hochwerfen. Aber die wirft das einfach so ran. Guck mal, das sind Handabdrücke. Seht ihr das, was? Das sind Handabdrücke. Und die wirft die... Perfekt... Was hat die für ein krasses Aiming? Geht ein richtig krasses Aiming, Leute. Okay, jetzt hier wieder jemanden, der krasse Paket einpackt. Also so einen Typen brauche ich zu Weihnachten, ne? Ich sag dir, meine Geschenke... Die kann man auf jeden Fall schon mal besser einpacken, ne? Okay, jetzt hier schön richtig deftigen Wrap, Leute. Oder Burrito, eins von beiden. Ich glaube, aber es ist eher ein Wrap. Komm schon, mach jetzt mal schön zusammen, Leute. Oh, ja. Oh mein Gott. Ein richtig leckerer Wrap, Alter. Der ist... Warum ist der so schnell? Der ist schon halb aggressiv, ne? Okay, jetzt hier... Was? Der schnellste Marmeladenschmierer. Als ob er so schnell die Marmelade schmiert, ne? Und das Toast ist aber so noch unten da. Aber es ist alles perfekt verteilt, ne? Das ist schon irgendwie... Krass. Also wenn man so schnell so Marmeladenbrot schmieren kann... Wäre hier eigentlich gar nicht mehr so schlecht, ne? Muss ich sagen. Okay, jetzt hier schön wieder alles... Schön reinfalten. Okay, das ist ja krass, dass ich Pizza mache, glaube ich, ne? Bam, 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 bam. Und guck mal jetzt hier. Der macht einfach... Der spielt einfach mit der Pizza, Leute. Yo, der wirft die einfach in die Luft. Was ist, wenn die aus dem Fenster fliegt? Was ist hier dann? Okay, jetzt anscheinend auch nochmal jemand, der auch richtig krass Pizza machen kann. Aber sogar noch heftiger als der von eben. Aber warum ist da so viel... Oh Gott. Was macht der denn jetzt hier? Und jetzt kann da schön noch die Soße rauf, Leute. Boop. Schön verteilen. Okay, und dann... Oh mein Gott. Das wird, glaube ich, eine richtig gute Pizza, Leute. Ich glaube, das wird eine richtig... Guck mal, wie jetzt auch wird das alles da schön verteilt. Ich glaube, das wird eine richtig leckere Pizza, Freunde. Also, wenn ihr Pizza mögt, dann drückt ihr auf jeden Fall gerne mal auf den Labo-Button. Weil ich liebe Pizza, ne? Aber das ist halt echt... Boah, wie das aussieht. Zu krass, Leute. Das ist echt... Irgendwo auch mit dem Käse. Boah, jetzt habe ich gerade schon... Jetzt habe ich gerade schon ein bisschen Bock auf Pizza bekommen, muss ich sagen. Jetzt habe ich schon Bock auf Pizza bekommen, Leute. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber ich würde jetzt gerade sehr gerne Pizza essen. Okay, jetzt hier anscheinend der schnellste Einscanner. Also, es geht auf jeden Fall noch schneller, oder nicht? Also, das sieht bis jetzt eigentlich... Also, ich weiß zwar nicht, dass es jetzt gerade schnell sein soll. Aber ich habe welche gesehen, die machen... Bam, 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 bam. Und das die ganze Zeit, ne? Also, das war jetzt nicht so besonders schnell. Jetzt haben wir jetzt hier wieder irgendwelche, die... Ah, die machen Pizzakartons. Die falten Pizzakartons. Bedeutet, die kommen gar nicht so. Das wird zu viel Platz einnehmen. Aber... Alter, das sind alles Ketchup-Dinger. Hä? Lol, die werden aber perfekt reingefüllt, Leute. Hä, als ob und... Zack und... Ja, Ketchup perfekt drin. Ich kann es nicht, ich glaube es nicht, ne? Und auch hier, wie schnell die einfach die Ananas ernten, Leute. Hä, das ist ja voll krass. Und jetzt hier direkt das nächste Paket mit Ananas. Ey, Leute, ohne Spaß. Jetzt haben wir hier einen schnelleren Typen, der den Menone ein bisschen schneller schneiden kann. Guck mal, hier ist es hier. Zack, 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 Leute. Okay, also der Typ ist auf jeden Fall krass unterwegs. Guck mal, wieder die Melone. Guck mal, bam, 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 bam. Ja, der schneidet hier auf jeden Fall viel, viel schneller als der Typ von eben, Leute. Der ist der krasseste Melonenschneider, den ich jemals gesehen habe, Freunde. Und deswegen, das soll es auf jeden Fall auch von dem Video gewesen sein. Wenn ihr von mir mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haltet euch auf den Abo-Button und ciao, ciao.